Oh, das war knapp. So, ich mach mich jetzt einfach noch mal auf dieses Ei drauf. Hm. Das hat auf jeden Fall irgendwas damit zu tun. So, wie komm ich jetzt an den Letzen da oben dran, bitte? Blühwürmchen, Blühwürmchen, Blühwürmchen. Ich schätze mal, wir brauchen so zehn. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir schon haben. Oh, halt. Was sagt denn das Inventor? Ach, dann war jetzt. Das war cool. Das ist ja nah an zehn dran, ne? Tja, ich weiß nicht, wie wir da drankommen. Moment, 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 Moment. Oh, da müssen wir klein sein dafür. Ich weiß nicht, ob das ein Loch ist, wo man dann irgendwas, so ein Rundgang ist. Schon wieder ein Blühwürmchen. Ich will jetzt mal zurückgehen. Und nochmal nochmal ein Blühwürmchen. Zurückgehen und mir heißes Wasser holen. Ich wird mir heißes Wasser holen und dann auf den Weg hier hoch. Auf den Weg hier hoch werde ich dann nochmal versuchen, diese Anemone da kaputt zu machen. Also nochmal versuchen. Ich habe es ja jetzt schon drei, vier Mal versucht oder so. Aber ich habe halt Angst, dass ich diesen dummen Klotz drüber schmeiße. Nein, 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 nein. Lieb ich ja, ne? Lieb ich ja. In diese Richtung, bitte. Und da. Jetzt muss ich schon wieder diese... Dass das nicht oben bleibt, ne? Stierpuff, das ist gut. Okay. Wir haben schon mal eine neue Dreckkugel. Aber das war, glaube ich, eine ganz normale, wo da einfach nur irgendeine Kacke rauskommt. Dann einmal. Eimer ausrüsten. Wir haben noch einen Eimer bekommen, oder nicht? Wo ist der jetzt überhaupt hin? Ist der hier oben? Nee. Ah, heißes Wasser zweimal. Da füllt sich also direkt zweimal auf. Oder ich hatte die ganze Zeit schon heißes Wasser. Das kann natürlich auch sein. Wo kommst du denn her? Los, da lang. Ganz vergessen, dass wir auch rennen können. Nee, 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 nee. Oh, hier können wir auch rennen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so von Vorteil ist. So, dann machen wir erst mal den Dreckklumpen sauber. Gucken, was das weiß ist. Aber da kriegt man ja, glaube ich, immer die Klumpen. Die wichtigen sind, glaube ich, schon weg. Das war eigentlich hier mit. Was ist das? Brennmaschine, öffne den Deckel, indem du mit dem Hammer auf den Bolzen schlägst. Ja, was muss man denn da rein tun? Also, ist das kaputt, oder was? Eh. Habe ich nicht genau das da reingetan? Mischmaschine, öffne den Deckel und siehe mit dem Hammer auf den Bolzenspiel. Ja, Mann. Ich habe gerade einen Affen in den Hosen gesehen. Der ganz schräg die Straße runterlief. Schön. Was ist der jetzt noch da? Na gut, wir haben jetzt das heiße Wasser und wir begeben uns jetzt wieder nach... Gezumpel-Town. Ich schaue aber etwas los. Ach. Es bietet sich ja hier gerade an zu trinken. Erstmal müsste eine Mohnen... Genau das ist passiert, was ich nicht wollte. Ich brauche ein Glühbärmchen. Das müsste jetzt, glaube ich, mein Zehnsitz sein, ne? Da ist... Ach, leck mich doch. So, hier komme ich an dich ran. Kartoffel! Ich weiß nicht genau, wie man da dran kommt. So, mach mal erst mal die Blümenschön. Huch. Die Zauberblume. Braucht Flüssigkeit. Steht immer da. Ähm... Wo ist denn das Wasser? Oder darf die jetzt... Da. Ich will nicht mal so eine Kacke kriegen, ey. Ist der andere... Da. Hei, ja, hei, Momente. Ich brauche heißes Wasser, aber... Kipp es nicht auf mich. Ja, dann geh zur Seite. Dankeschön. Okay. Rein damit. Sonst erfriere ich noch. Das ist schon, äh, erstaunlich, wie viel Wasser in so einem Eimer drunter ist, ne? Ich bin gleich fertig. Versucht es doch auch mal. Ach, das war der Weihnachtsmann Nikolaus, Fuzzi. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ah, das ist doch sehr gut, dass wir uns hier aufladen können. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Okay, ich will... Sehr schön. Ne, warte mal. Hier waren die Fuzis drin. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir da an die Dingern rankommen. Da geht es ja. Bis zum nächsten Mal.